hallo und herzlich willkommen zu einer runde world of warcraft sieht aus wie arati becken kriegsum klar nicht arati becken kriegsum klar so dann werden wir jetzt mal gleich am anfang ein bisschen bufffug puttern stecken nur essen her gesundheit her, stecken nur mana her gesundheit, gesundheit, trinken also mana, gesundheit, gesundheit gesundheit, da haben wir was schau mal das mal ich habe jetzt ein neues schmuckstück, oh das war ich noch gar nicht drüber oh ja diese kugel habe ich gegen diese kugel ausgetauscht ich habe mir gedacht das ist besser ich habe mir gedacht das ist besser ich habe mir gedacht das ist auch besser so was haben wir noch schon muss hier gibt es ein händler kein händler ich kann nicht aufsetzen da muss ich gleich rausrennen draußen auf satteln ich habe 41 minuten gewartet bis auf diese runde es wird zurzeit ein bisschen weniger leute die wo ww spielen oder auch pvp halbdat ist ja immer das gleiche soo ich glaube ich habe schon sachen verkauft sowohl wird präunig das nicht das nicht das nicht das nicht nur mana und gesundheit herrscht denn präunig ok ok ich bin gestand im gestand das nicht es ist es ist es ist es es Und wieder gestanden. Oh, wieder gestanden. Wieder gestanden. Tja, ich hole nicht mehr die Flagge. Ich werde hier nur gestanden. Ich hole nicht mehr die Flagge. Ich hole nicht mehr. Ich hole nicht mehr. Ich hole nicht mehr die Flagge. Ich hole nicht. Ich hole nicht mehr die Flagge. Ich bin nicht schlecht. so aber jetzt werden wir gewinnen pass auf jetzt kommt gleich erstmal ein buff aufsatteln unterreiten buff aufsatteln unterreiten höll in also Was ist das? Das war mal knapp. Ich will noch nicht sterben. Ich muss erstmal hochheilen. So. 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 Zwergflagge? Fragezeichen? Okay Wollen wir kurz mal was da hier so macht? Okay Nicht alles okay Dann laufen wir mal ganz schnell zur Flagge und holen uns die Schauen wo die Flagge ist Die läuft da hinten irgendwo rum Ich denke mal Der ist oben Bin mir nicht sicher Allianz hat den Punkt Nein Was denn jetzt kommt die ganze Reihen beim sterben Oh die haben sich wieder lieb hier Klasse mit Ja dann Also Einmal Waffen Aufs Adrien Und weiter gehts Oh Oh Alter Ramba Hier liegt ein Hund, ein Hex-Meisterhund. So jetzt, aber, komm her. Beläht mich. Nein, komm schon, warte, rauf, satteln, weiter. Hm, ich denke mal, das wird noch nicht die Klatsche werden, hier. Könnte sogar eine 3 zu 0 Klatsche werden. Nicht nice. Oh, ich weiß. Ja. No. Das war's. Dann nehme ich mir doch mal wieder die Flagge, weil wenn die die Flagge verlieren, das kann ich schon lange. Das war's. 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 Ich habe einen Punkt geholt. Oh, ich habe mich von der Allianz geschehen. Oh, 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 oh. Na gut, dann nehm nicht, dann nehm nicht. Na, ich hab ihn vergessen, warum ist das denn jetzt laufen und ganz schnell den hinterher. Ah, Mist, ich bin der vorletzte, obwohl ich einen Punkt geholt habe. Egal. Tja, was soll ich dazu sagen? Ach so, ja, ich bin schon 84 geworden. Hab ich noch nicht gesagt. Aber ist auch nicht ganz so wichtig. Trotzdem verloren. Aber ich hoffe euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.